Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Shadow Warrior 3. Wir können uns noch ein bisschen Gegner gönnen. Na, komm ich dran, leider nicht. So, dann versuchen wir das vielleicht jetzt mal etwas besser und erfolgreicher mit dem Ei. Okay. Jetzt kommt das andere Boot. Und dann springen wir da mal ab. Oh. Oh. Sorry, pal. But you are wanted dead or not alive. Zarpugem? Oops. Das war es mir wert. Okay, ich glaube du warst ein bisschen festgesteckt. Cool. Haben wir mittlerweile wieder genug? Ah ja, Überlebender. Das kommt dann auch demnächst. Mehr Chiplas sehe ich gerade. Äh, nein. Bestimmt, ich hatte die einen jetzt für den da unten genommen. genommen. Sie schön. Okay. Zurück aufs Floss. Wäre eine Idee. Schauen wir mal, wie wir dahin gehen. Ich hoffe, das Ei ist immer noch wo du verlassen. Wo wäre es noch? Ich würde nur sagen. Und schweig, und schweig, und schweig. Weil du nie hörst. Weil du nie hörst. Weil du nie hörst. Weil du nie hörst. Okay, mein Lieber. Okay, mein Lieber. Okay, wir haben genug. Dann möchte ich gerne dich mal haben. Dankeschön. Da die Waffe eigentlich doch ziemlich cool ist. Ich bin halt auch extrem durchschlagskräftig. Okay, mehr von euch. Ist klar. Wenn ihr meint. Naja. Wenn wir extra rum geschafft. Cool. Autsch. Oh, wie viel denn noch? Nehmt, der ist ja gerade ein bisschen überhand. Na, die können da ruhig mal bleiben. Nicht so lustig, ist es? Hehehe. Autsch. Ah gut, wir können es ja wieder. Ihnen. Dankeschön. So. Nimm das. So. Nimm das. Cool. Okay, ich merke das glaube ich auch extrem effektiv bei dem. Okay. Hm. Da ist noch eine Kugel sehe ich gerade. Okay. Möchte ich da nochmal hin? Ja. Gerade so nicht, leider. Jetzt zieh die Kugel auch wieder weg. Okay. Ah, schein war das ein Fehler. Ah. Aber du bist da. So, da wäre das Ei. Ah. Cool. So. Boom. Jetzt sind wir auf jeden Fall. Das sind glaube ich vier, die wir brauchen. Okay. Mal weiter. Größere Radius. Die eine. Äh. Haben wir hier schon irgendwas fertig gemacht? Ne. Muss mehr Katana nutzen, wie es aussieht. Wenn wir die Balle sehen werden. Okay. In Ordnung. Dann kommen wir jetzt zu dem Ei nochmal. Da wäre das. Okay. Cool. Weiter geht's. Weiter geht's. Okay. Okay. Ah. Okay. Ah. Leider nicht genug. Aber ja, das hat sich gelohnt. Dann können wir jetzt hier nochmal runter. Ja, da schon. Na, du bist doch entkommen, du Hase. Fies. So. Ja, wir haben ein bisschen doppelt gemoppelt, ne? Hm. Okay, ich denke, da haben wir hier aber... Oh, auch hübsch. Alles mitgenommen, soweit. Ah, da hinten. Ah, da hinten. Äh, ja, los geht's. Verfolgen wir es mal weiter. Da oben was? Was wir noch mitnehmen könnten? Nein. Okay. Wäre ja möglich gewesen. Das sieht ja... Ja, da kam einfach hinaus. In Ordnung. So, erledigen wir euch mal schnell. Danke. So, das war's mit euch. Sehr schön. Haben wir denn hier noch irgendwo... Munition umliegen, gut. So, da können wir das mit dem Tod von unten noch gönnen. Nummer drei. Da war ich leider nicht lange genug in der Luft. Oh, das kriegen wir hier rein. Oh, und die Nummer vier. Ja, komm, ich mach gerade eine Runde, dann haben wir das nicht freigeschaltet. Ähm, dann würde ich auch mal gucken, warum wir das Leben kriegen. Dankeschön. Vor allem Munition sehe ich gerade. Auch wieder nötig. Auch wieder nötig. Schick. Okay, das ist gerade so nochmal gut gegangen. Nein, nicht, weil ich das Ding da oben greife. So, größere Explosionsradius, den nutzen wir doch direkt mal aus. Ja, irgendwie klappt es mit dem Ding da nicht mehr so richtig, dass der ja zu spät danach greift. So, Überraschung von hinten. Sehr echt gut, dass ich bei euch jetzt gerade die Herausforderung ein bisschen angehen kann. So, jede Menge mit den Katanas töten. Das können wir da wunderbar machen mit. So, jetzt bist du auch mal dran. Okay, äh, jawohl. Ja, 100 Fall mit dem Katan. Ich glaube, wir waren vorhin bei 30 oder so, von daher. Ja, wir könnten euch dann nochmal graden. Meins. Mehr Gegner auf einmal, das ist gut. Was machst du? Ähm, neues Ziel. Auch nicht schlecht. Schön, dann geht's weiter. Hier oben vielleicht noch irgendwas zu mitnehmen, das sieht aber nicht so aus. Mhm. So, das hat sich gelohnt. So, viele Kaninchen. Ah, da können wir noch. Irgendwie rüber? Ja. So, schon mal nicht. Mhm. Ah, hier rum. Okay. Alles klar. So. Das hatten wir gerade. Ich glaube, wir haben es genug für den Charakter. Jawohl. Hm. Mhm. Ja. Cool, cool. Ja, und ich glaube, das sieht tatsächlich so aus, als würde es da wieder einen etwas größeren Kampf geben. Was macht das? Hm. Praktisch. Ähm. Ähm, von daher machen wir das noch beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hat den Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao. Ciao.